Hallo, mein Name ist Mandy Roy. Ich bin Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Ich bin leitende Oberärztin in der Klinik für Abhängigkeitserkrankungen der Asclepius-Klinik Nord-Ochsenzoll. Wir haben dort eine große Abteilung, wo wir Patienten mit Abhängigkeitserkrankungen stationär und ambulant behandeln. Außerdem leite ich unsere Autismusambulanz. Hier behandeln wir erwachsene Patienten mit einem Autismus und stellen auch Diagnosen. Wenn Sie Fragen haben oder wir Ihnen helfen können, wenden Sie sich gerne an uns.